Ja, hallo, das Musikmagazin und ich freue mich sehr. Nick Howard in the house. Und endlich auch auf Deutsch. Juchu. Ja, in drei Jahren oder in zwei Jahren? Ich war hier in 2011, ja? Und jetzt können wir auf Deutsch reden. Fantastisch. Vor allen Dingen, ich habe gelesen, du hast es in sechs Wochen gelernt. Ist das richtig? Ja, ich sage es, sechs Wochen, das klingt gut aus. Nein, es war zwei Monate vor der Blind Audition für The Voice of Germany, ich habe begonnen. Und dann, mit jedem Show habe ich ein bisschen besser sein und ich war ein bisschen besser. Und ja, jetzt können wir auf Deutsch leben. Super. Und das Lustige ist ja, normalerweise kommen ja dann so die Acts aus den Castingshows bei mir nach der Sendung an. Und du warst einer der wenigen, die ich auch vorher schon hatte. Und ich habe natürlich dann irgendwie die Daumen gedrückt und ganz gebannt davor gesessen. Und ich meine, es ist jetzt ein Jahr her, dass du das Finale gewonnen hast. Ja. Und es ist ein verrücktes Jahr gewesen, oder? Ja, verrückt. Aber ich möchte euch verdanken. Das ist, warum ich für The Voice of Germany entschieden habe. Ich hatte ein bisschen Unterstützung hier in Deutschland von euch, von meinen Fans hier. Und das ist eine der Reasons, warum ich für The Voice of Germany entschieden habe. Und seit letztes Jahr, ja, es war ein verrücktes Jahr. Gestern, ich war in Peking, in China. Ich habe The Voice of the World-Konzert gespielt. Wir haben über 200 Shows dieses Jahr gespielt über Deutschland, Großbritannien und den USA. Wir haben ein paar Ausverkaufsshows gehabt. Und ja, es war verlugt. Und ja, es war great. The Voice of Germany hat mir eine große Plattform gegeben. So, da habe ich ein paar mehr Fans als letztes Mal. Und ja, wir spielen Freitag in The Voice of Germany mein neues Single. So, es war ein schnelles Jahr. Das denke ich mir. Wobei ich mich natürlich gefragt habe, warum… Ich meine, du bist ja auch schon immer in den USA gewesen. Warum hast du es nicht in den USA oder auch in den UK gemacht? Also, warum gerade Germany? Warum hatte ich meine erste Unterstützung in den Fans hier in Germany, in Deutschland? Und so, für mich war es eine coole Story, in The Voice of Germany zu sein. Versus The Voice in the UK oder in den USA. Die Deutschen waren wirklich der Erste, mich eine Chance zu geben. Und so, das war warum hier in Deutschland. Das hat geklappt. Aber es war nicht mein Ziel, der Gewinner zu sein. Ich habe nur gedacht, wenn ich in einer Show sein kann, dann kann ich ein paar mehr Fans machen. Und das war mein Ziel mit jeder Show. Okay, heute Abend, ich kann ein bisschen mehr Nick Hauer zeigen. Und ja, vielleicht ein oder zwei neue Fans haben nach der Show. Und dann, here we are. Gut, man bekommt natürlich eine große Popularität durch so eine Sendung. Aber ich habe natürlich auch ganz viele Künstler hier sitzen, die auch beispielsweise beim X-Faktor dabei waren. Oder Deutschland sucht den Superstar. Die sagen natürlich so im Nachhinein, naja, es war eine gute Erfahrung, das gemacht zu haben. Aber man hat halt immer den Stempel dann auf der Stirn. Ein Casting-Act. Und das ist ja gerade auch in Deutschland relativ schwierig. Aber du gehst da ganz locker mit um, oder? Ja, relativ schwierig. Es ist ja nicht immer einen guten Titel zu haben. Aber für mich, ich denke, wenn ich nicht ein Casting-Show gewinne, ein normales Casting-Show gewinne, weil ich eine Karriere vor der Voice hatte. Und ich werde eine Karriere in fünf Jahren haben, weil ich Fans habe. Und ohne Fans, das ist ganz schwer. Aber ich habe so viel Glück, das habe ich die besten Fans, glaube ich, in Deutschland und in der Welt. Und so mit Fans, alles ist möglich. Und ja, es ist nicht immer einfach, wir müssen ein bisschen harter arbeiten. Wir können Nick Howard die Künstler sein und nicht Nick Howard der 2012 Voice of Germany Gewinner sein. Aber ich glaube, wir haben das geschafft. Und jetzt haben wir eine der meisten Players im deutschen Radio. Seit letzter Woche haben wir so viele Players im Radio. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass die Leute, sie lieben Musik und nicht den Casting-Show-Titel. Und so, wenn man gut Musik machen kann und gute Shows spielen, dann ist es möglich, eine Karriere nach einem Jahr zu haben in Deutschland. Aber ja, es ist manchmal schwer, aber ich liebe einen Fight. Und I'm ready to keep proving people wrong. Du hast Peking schon erwähnt. Wie viele Nationen waren da am Start? Ich habe gesehen auf einem Foto, Xavier Naidoo war mit dabei. Wie war das Erlebnis dort? Es war lustig, weil die Peking Media, die Chinese Media, sie haben gedacht, dass Xavier mein Coach war in der Show. So wir haben jeden Tag gehört, wie war das zusammenzuarbeiten. Schlecht informiert. Ja, es war cool, es war Wahnsinn in Peking zu spielen für mich. Manchmal höre ich auch, die Casting-Show-Gewinner haben keinen Erfolg nach der Casting-Show. Und ich habe für 13.000 Leute in Peking gespielt und für 50 Millionen Leute im Fernsehen in China. Also es war Wahnsinn. Und nochmals habe ich gedacht, ich habe so viel Glück hier zu sein. Und ohne The Voice of Germany würde ich nicht eine Chance wie das haben. Ja, es war cool. Hoffentlich haben wir ein paar neue Fans in Asia gemacht. Und ich denke, nächstes Jahr werden wir in Asia oft sein. Ich weiß noch, wie ich dich hier im Komet gesehen habe. Ein ganz kleiner Club hier in Berlin, wo gerade mal 150 Leute reinpassen. Das war wirklich noch kleine, intime Atmosphäre. Da dachte ich mir schon, beim nächsten Mal wird es bestimmt nicht mehr so klein sein. Also wild, wild. Und du hast jetzt an deinem neuen Album auch gearbeitet, die vergangenen zwei Monate. Bist du dafür komplett nach Los Angeles gezogen, oder? Ja, ich musste zurück nach Los Angeles gehen. Nächstes Jahr im Januar ist es fertig. Aber ja, ich habe meist schon geschrieben und gemacht. Und ja, ich habe ein neues Single. Es kommt heraus diese Woche. Und wir werden das präsentieren auf The Voice of Germany Freitag. Und natürlich hier bei Jagerlu TV Öster. Und ja, so ich freue mich. Ich kann nicht erwarten, für meine Fans meine neue Musik zu hören. Ich habe versucht mit den neuen Liedern ein bisschen neu. Und es ist mein vierter Album. So es war wichtig für mich, etwas Neues zu bringen und zu präsentieren. Und eine andere Seite von mir zu sagen. Und so viele Leute in Deutschland, sie haben mich auf The Voice of Germany gesehen. Und, you know, ich spiele mit der Gitarre und singe Songwriters. Aber, you know, ich liebe so viele Tipps Musik. Und es war wichtig für mich, das zu zeigen mit meiner eigenen Musik. So, ja, ich habe ein bisschen Inspiration von überall bekommen. Und mein neues Lied hat ein Banjo dabei. Das ist ein Beispiel. Und so ein bisschen mehr Energie. Und ja, ich freue mich total. Und für alle, die das hören. Wobei ich mir natürlich auch überlegt habe, nach unbreakable, jetzt untouchable. Du hast so ein Faible für die An-An-Silbe. Woher kommt es? Ja, ich vergesse meinen Text immer so. Es ist für mich, es wäre einfacher, un-something zu haben. Und so, wenn ich vergesse alles, ich weiß, es muss unbreakable oder untouchable. Es ist mehr einfacher für mich. Lustig ist ja auch, dass du mit Tobi Gart zusammengearbeitet hast. Und dem musste ich natürlich dann auch erstmal Wikipedia. Lustigerweise auch ein Bayer, der in Los Angeles zugegen ist. Und da auch für alle möglichen Künstler irgendwie die Hits schreibt. Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen? You know, wenn man einen Titel hat, wie der Voice of Germany gewinnt, ist es easier, mit super Producers und Songwriters zu arbeiten. Und so, ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Er ist ein super Hitmaker. Und ja, es war, wir haben untouchable geschrieben und gemacht in vielleicht sechs Stunden. Es war Wahnsinn. Und so, er kommt aus Deutschland. Es war lustig, wir haben in Los Angeles zusammengearbeitet. Aber es ist ein bisschen warmer in Los Angeles in Januar als in Bayern. So, das war, warum wir für Los Angeles entschieden haben. Aber ihr sprecht dann schon Amtssprache, ist dann bei euch im Studio auch Englisch, denke ich mal. Ja, genau. Wir haben mit einem anderen, Lindi Robbins, das Lied geschrieben. So, ja, wir haben auf Englisch gesprochen. Aber ich habe, you know, mit meinen Freunden hier in Deutschland gesprochen, mit Telefonen hier, so kann ich mein Deutsch ein bisschen besser. Wow. Das war lustig, dass ich das gesagt habe, weil das nicht richtig klingt. Aber ich könnte mein Deutsch ein bisschen praktischen. Dein letztes Album, Stay Who You Are, war ja auch schon abwechslungsreich vom Musikalischen her. Wie würdest du denn jetzt wirklich das neue Album, was ja noch nicht ganz fertig ist, aber wie würdest du das beschreiben? In welcher Weise ist es eine Fortentwicklung oder Weiterentwicklung für dich? Ja, also ich habe gesagt, es ist ein bisschen neu. Es war wichtig für mich, ein Album zu machen. Das zeigt eine andere Seite von mir. Und so Stay Who You Are, wir haben das so schnell gemacht nach der Show. Wir hatten zwei Wochen ein ganzes Album zu machen. Und so, ich bin glücklich mit dem Produkt. Aber jetzt hatte ich ein Jahr, ein neues Album zu schreiben und zu machen. Und das für mich ist richtig, weil Musik ist nicht über, wie schnell kann man ein Album verlaufen zu machen. Das ist nicht, was Musik ist über. Es ist über, wie kann ich das beste Album machen. Und so ich freue mich, dass jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ich bin noch mal independent. Und das gibt mir ein bisschen mehr Kontrolle und eine laute Stimme. Und so, ich denke, dass meine Fans, sie würden das neue Album lieben, hoffentlich. Und ja, jetzt geht es zurück zu den Basiken. Wird das Album denn dann auch Untouchable heißen, weil die Tour ja Untouchable Tour heißen wird im nächsten Frühjahr? Ja, genau. Das Tour heißt Untouchable Tour 2014. Und wir haben Termine verlaufendlich heute. Und so hoffentlich, wir sehen uns auf der Straße. Und natürlich, wir werden hier in Berlin spielen, in der Franz Club. Es war wichtig für mich, ein bisschen kleiner Venue zu haben, mit dem neuen Tour. Es ist ein neues Album, ein neues Leben nach The Voice erfahren. Und so, wir werden ein paar Intim-Shows spielen im März. Und dann vielleicht später nächstes Jahr, wir werden große Halle spielen nochmal. Aber ich habe so viele super Konzerte dieses Jahr gehabt. Ich kann nicht erwarten auf The Voice Design nochmal. Es ist mein Lieblingsplatz in der Ganswell ist auf der Bühne. Aber die Frage hast du nicht ganz richtig verstanden? Untouchable wird dann auch der Name des Albums sein, weil die Tour halt Untouchable Tour heißt. Ist das korrekt? Ja, ja. Die Tour heißt Untouchable. Ja, ja. Das Album auch dann? Oh, das Album. Das habe ich nicht ganz gehört. Aber ich weiß nichts. Vielleicht. Ja. Weil normalerweise macht man ja immer das so, wenn das Album so heißt, dass dann die Tour auch so ähnlich heißt. Manchmal, ja. Aber ich mag es ein bisschen anders sein. Aber ja, vielleicht. Wir denken. Aber ich kredite dir, dass wir es Untouchable nennen. Okay. Sehr gut, sehr gut. Und du siehst ja auch, da oben hängt eine Goldene. Wenn dann Untouchable auch Gold geht, dann freue ich mich über eine weitere Auszeichnung. Super. Dann würde ich sagen lieben Dank. Vielen Dank. Und jetzt gibt es dann noch Musik. Nick Hauert hier bei Jagaloo.